...und wieder schickte Volker Ehring Freiburg aus Süden-Gaden. Damit geht auf der Nummer 3, 2. KMG, 4,7. Leonie Meyer vom SV Pecken aus Bayern setzt sich auseinander mit Kassi Jakob von der Rettung des Heilbronnens aus Württemberg. Weiter geht es in die Idee zu lassen, 55 und 57. Kürtel. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.